Sie tun nun mal das Gegenteil. Ja, warum? Ja, das frag ich mich auch. Aha. Und ich weiß gar nicht, wie man auf die absurde Idee kommen könnte, dass ich jetzt auf einmal hier so ein durchgeknallter Rechtsnationalist wäre. Kokolores. Ja, das könnte sein, weil Sie in der AfD sind, die ein paar komische Leute da hat, oder nicht? Ja, die hat ein paar komische Leute, die haben andere Parteien auch. Wo wären wir heute, wenn Sie seit vier Jahren an der Macht wären? Den deutschen Steuerzahlern ging es besser. Das haben über alle Parteien versprochen. Nee. Und immer war der Vorgänger schuld, dass er Schulden gemacht hat. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. Doch, was haben wir für gute Leute? Wir haben so viele Hidden Champions. Guckt wird dann immer ganz gerne auf die paar... Die gibt es doch in den anderen Parteien auch. Also, wie finden Sie Sarah Waag? Erstmal ist sie mir sympathisch. Sie ist in der Diagnose in aller Regel brillant. Wenn jetzt das zum Beispiel, der Meuthen lobt den Palmeister, also in einem größeren Stil würde ich das nie tun, als würde ich den Palmeister um die Ohren. Das ist ein Riesenstil, jetzt wissen Sie. Mit drei Millionen Zuschauer. Live, wir sind live. Drei Millionen? Scherz! Was ist denn die Alternative? Also, ich meine es halb scherzhaft, aber auch halb ernst. Die Spenderaffäre, so hat sie ein bisschen sympathisch gemacht. Ach guck mal, die AfD ist auch schon angekommen bei den alten Parteien. Das ist aber gemein. Das ist jetzt wirklich privat und ich werde es auch nicht weiter ausführen. Aber da waren vier Menschen, die ich als Freunde bezeichnet habe. Von denen habe ich über die politische Tätigkeit tatsächlich zwei verloren. Die Hälfte. Können Sie das nachvollziehen? Nee. Interessiert denn außer Politiker und Journalisten überhaupt irgendwen das Parteiprogramm? Ich ärgere mich ja fast mehr über den Wähler als über die Politik, dass der so aus der Tageslaune heraus wählt. Der Schulz, der hat ein so leichtes Spiel im Moment. Einfach weil er klug ist und sagt, Schweigen ist Gold. Puff, der hat ein relativ so reales, gelassenes Auftreten. Und er macht nichts, da macht er auch keine Fehler. Dass er von seiner eigenen Partei auseinandergenommen wird, wenn er in Ampelbüden kommen sollte, ist glaube ich jedem klar. Weil Frau Esken, Herr Kühle und zwei, die werden ihn hübsch zerlegen. Bücher schreiben, vor allem Bücher schreiben. Ich habe so viele Schmerzen. Warum musst du hier immer einfach Bücher schreiben? Die sind doch dann nachher, da kommt ja immer einer und sagt, Ich muss ja nicht über die AfD schreiben. Die hast du aber abgeschrieben, die Stelle. Das kommt automatisch bei jedem. Guck mal, weil sie mir eben eingangs mal meinen Titel fragten. Haben sie schon mal irgendwo was gehört über meine Doktorarbeit? Aber meine Doktorarbeit ist sauber, ich habe nichts abgeschrieben. Was macht sie glücklich? Fragen wir mal so, was bewegt sie? Was macht sie glücklich? Tatsächlich, also ganz profan und banal, freie Zeiturlaubstage mit Frauen und Kindern. Das ist einfach schön, ich habe das jetzt gerade hinter mir. Warum machen sie dann Politik, das ist doch viel schöner mit Frauen und Kindern. Profis werden es gemerkt haben. In den letzten drei Minuten haben wir wieder wenig Ton gehabt. Das ist unser Fehler. Wir wollten einfach dem AfD mal den Saft abreden. Den Saft abreden. Bin ich ja gewöhnt. Der redet immer so viel. Musik Musik